Yippie! Ich bin Superman! Boah, wer hat denn diese Stimmenverzerrung drin? I don't know. Hä, ich hab überlebt! Warum hab ich überlebt? Weil du wahrscheinlich Superman bist! Hallöle, wir haben uns wieder zusammengefunden zu Pink Panther Sagt. Und es ist eine Funrunde. Und ja, wir machen ein wunderschönes Bild. Tschüss! Tschüss! Wunderschön! Frage, kennt einer von euch die Regeln von Pink Panther Sagt nicht? Ach, naja, es geht so. Gut, dann fangen wir jetzt an. Pink Panther Sagt. Hinhocken! Okay, Pink Panther Sagt, in die Luft schauen. Schön nach oben schauen, Oberst. Raoul. Gut. Einmal schießen. Oh Leute! Alter! Du Scheiße! Das war so, dass er dich identifizieren konnte. Einen kann ich identifizieren, weil er hat nachgeladen. Okay, Pink Panther Sagt, kommt zu mir. Achso. Pink Panther Sagt, kommt zu mir. Pink Panther Sagt, Stopp! Äh, jetzt muss ich ihn erstmal finden. Aha. 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 Wie hieß er dann? Das verrate ich jetzt, ne? Dann müsste ich ja einen Knall haben. Da hab ich ihn doch. Er hat nämlich nachgeladen. Nein! Der war doch noch so jung! Okay, jede weitere Bewegung, die er außerhalb meines Befehles macht, bedeutet der Tod. Generell gilt die Regel, Pink Panther hat Recht. Sollte ich mein Nichtrecht haben, tritt automatisch Paragraph 2 in Kraft. Bedeutet, Pink Panther hat trotzdem Recht. So, okay. Pink Panther Sagt, mitkommen. Hier bin ich. Pink Panther Sagt, stellt euch hier an der Wand auf. Äh... Pink Panther Sagt, die ersten zwei, drei, die im Flugzeug sind, sind tot. Und der letzte. Will gar keiner loslaufen, soll ich alle erschießen? Ja, will schon los? Okay, also der erste ist tot. Voll mies, ey. Alter, wieso alle blocken? Ah, gerade so den letzten erwischt. Da sind noch welche, nicht im Flugzeug. Ja, aber sie waren hinten schon auf der Rutsche, von daher, ich hab ja durchgeguckt. Gut, Pink Panther Sagt, der letzte, der die Stahltreppe runtergelaufen ist, ist tot. Und jetzt wird geblockt, Alter. Wie die Weltmeister. Hör doch auf zu blocken. Ja, ich kann nix dafür, der hier. Wir blockt. Ach ne, da kommen noch welche. Du blockst. Geil. Ja. Alter, ich komm nicht weg. Ist ja geil. Hör doch auf zu blocken. Geht doch mal ein bisschen weg. Ich könnte auch... Ne, 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 ne. Wer hier die letzte, die Stahltreppe runter ist. Ich hab Geduld. Upsa. Swiss Keks hat's erwischt. Juuuut. Pink Panther Sagt, hinstellen, nach vorne schauen. Okay. Pink Panther Sagt, hinsetzen. Pink Panther Sagt, schaut nach oben. One bullet. Oh mein Gott. Effektiv. Effektiv? Hast du geschossen? Äh, nein. Oberst Raul. Ja, nein. Oberst Raul, hast du geschossen? Nein, du kannst gerne auf die Decke gucken. Ja. Paranoid, hast du geschossen? Nein, ich kann sechsmal schießen. Pink Panther Sagt, diese drei Herren treten bitte nach vorne. Pink Panther Sagt, diese drei Herren, die ich gerade genannt hab, gehen bitte nach vorne. Dürfen wir zu gucken? Ja. Wollte ich fragen. Pink Panther Sagt, diese drei Herren kommen zu mir. So, die weiteren Befehle gelten nur für diese drei. Pink Panther Sagt, schaut nach oben. Pink Panther Sagt, schießt einmal. Pink Panther Sagt, schießt einmal. Pink Panther Sagt... Moment mal. Ich hab vorhin bei diesen ein... Oh, fuck. Pink Panther Sagt, schießt einmal. Pink Panther Sagt, schießt einmal. Und Pink Panther Sagt, schießt einmal. Sehr schön. Pink Panther Sagt, paranoid, hinten an die Wand, hinhocken und nach oben schauen. Darf ich nachladen? Ja, logisch. Pink Panther Sagt, nachladen. Warum in Gottes Namen muss der Tiger nachladen? Gut. Ich bin so fast auf Pink Panther. Prima. So, schaut mich an. Skytier, warum guckst du mich an und die anderen nicht? Es tut mir fast leid. Gut. Pink Panther Sagt, sucht euch einen Partner und schaut ihn an. Hier, hier, hier. Oh, hier, hier, guck mich an. Hier, hier, guck mich an. Jetzt bin ich um. Ich bin auch ein Partner. Ja, Furby. Oh, das scheiß, Mann. Furby. Paranoid, du bist so heiß. Du auch, Mann, ehrlich. Darf ich dich mal umarmen? Nein. Das ist unfair. Ja, ich weiß. Pink Panther ist grundsätzlich unfair. Ja. Gut. Pink Panther Sagt, ein Schuss. Alter! Jetzt bist du nicht mehr heiß. Wie unten. Vier Headshots, Alter. Vier Headshots. Voll genial. Alter, du sollst schon drauf gewartet, du Schweizer. Ja. Ja. Pink Panther Sagt, sucht euch einen Partner. Ja. Ja. Okay, 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 okay. So, mitkommen. Ja. Auf geht's, komm. Vergiss es. Pink Panther Sagt, mitkommen. So, wenn ich mich recht entsinne, müsstet ihr alle ein Radar dabei haben. Ist das richtig? Ja. Ja, ihr dürft nachladen. Sicher? Ja. Ich mach das erst, wenn du Panther Sagt sagt. Schlaue Entscheidung. So, geht mal bitte alle hier hinten hinter die Theke. Vergiss es. Okay, Pink Panther Sagt. Hier vorne hin. Alle in einer Reihe aufstellen. Ja, Mann. Vergiss es. Okay. Pink Panther Sagt, alle in einer Reihe aufstellen. Okay. Wow, Jungs. Gut. Pink Panther Sagt, stellt euch alle hinterm Glatzkopf auf. Äh. Pink... Pink Panther Sagt, stellt euch alle hinterm Glatzkopf in einer Reihe auf. Prima. Ja, es ist egal. Gut, super. Jetzt muss ich was ausprobieren. Und alle. Und alle. Hopp. Ach nein. Es ist machbar. Weitwurf. Gut. Schuster. Pink Panther Sagt, geh bis hier vorne hin. Hätte ich doch bloß mehr mit dem Scheißteil gespielt. Pink Panther Sagt, schmeiß dein Radar hinter die Theke. Da, du Tier. Sehr schön. Geh und hol's wieder. Oh, Schuster! Was machst du denn, du Honk? Amy Nуда. Rееh... Er läuft natürlich! Prairin! Amen eh! Paranoid! Ah, schon. Nach vorne fett... Oh, Gott! Junge!! Was machst du denn?! Hehehehe! Oh, wei! Gramm! Geil. Oh Gott. Nutellabrot. Pink Panther sagt, tritt nach hier vorne vor. Nutellabrot, mach mich stolz. Nutellabrot. Pink Panther sagt, schmeiß dein Radar hier hinten rein. Das schaffst du. Das machst du nicht. Sehr schön. Gut, dann stell dich mal hier drüben hin. Vergiss es. Oh Gott, geil. Pink Panther sagt, Nutellabrot stell dich da hin. Da. Wow. Okay, so. Darus, vorne an die Linie. Du kannst mich mal. Pink Panther sagt, Darus. Hopp, hopp. Hier vorne an die Linie. So, dann werf du auch dein Radar mal hier hinten rein. Pink Panther sagt, werf dein Radar. Darf ich kurz mentale Energie schöpfen? Ja, du darfst auch mentale Energie schöpfen. Er hat's gemacht. Erschieß ihn. Erschieß ihn. Nein, ich hab ja gesagt, Pink Panther sagt, schmeiß deinen Radar hinten rein. Juti, dann auch deinen Radar wieder einsammeln. Du kannst mich mal. Gut, alles klar. Denn, auf geht's. Kommt mal mit. Machen wir ein Duell hier unten. Vergiss mal wieder. Oh, ich hab hier zwei wirklich ganz harte Kollegen hier. Ja. Okay. Pink Panther sagt, hier, Schulter an Schulter aufstellen. Okay. Pink Panther sagt, schaut mich an. Pink Panther sagt, Schulter an Schulter. Was ist Schulter? Was ist Schulter? Schulter an Schulter. Das heißt, nebeneinander. So, dass beide mich anschauen. Und Schulter an Schulter stehen. Pink Panther sagt, stellt euch nebeneinander. Schulter an Schulter, dass ihr beide mich anschaut. Pink Panther sagt, hinhocken. Pink Panther sagt, schaut euch an. Pick dich. Und Schuss. Nein! Herzlichen Glückwunsch, Daraus. Du hast die Runde gewonnen. Weil dieser junge Herr hat geschossen ohne die Anweisung von Pink Panther sagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.